Herzlich Willkommen, Euren Freunde, zurück zu Jedi Star Wars Fallen Order. Ja, mal wieder alleine, ne? Äh, ich hab mir einzig überlegt, dass wir vielleicht im Gameplay, äh, die Untertitel ausmachen. Da wär's gewesen. Aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht lassen wir es doch drin, oder? Ja, ich glaub schon. Haben wir hier eigentlich, ja, Zaun haben wir, oh Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede, ey. Im letzten Part sind wir ja nach, äh, Kashik geflogen. Zu den Rookies. Oh, sieht echt cool aus, ne? Dieses Wasser und so. Sieht schon cool aus. Und ich glaube, wir sollen hier hoch. Ich glaube, wir sollen hier hoch. Aber ich möchte eigentlich gern ein Foto schießen. Vielleicht so ein bisschen, so. Wie weit? Oh mein Gott, Kömmewald. Weil, der Foto-Modus ist ja mega insane, oder? So, dann können wir hier, glaub ich, noch ein bisschen zurück, genau. Oh, mega cool. I love it. I love it. Ich liebe diesen, ich liebe diesen, diesen Foto-Modus. Also, ne, das ist ja ein Update. Gott. Können wir noch mal ein Foto machen, bitte? Ne, das ist unscharf. Möchte ihr gerne, genau. So, perfekt. Perfekt. So, nochmal. So. So. So, wenn wir noch ein bisschen raus. So. Perfekt einfach. Die Brennweite werde ich nicht machen. Weil ich das nicht verstehe. Belichtung. Ne, ich fand das eigentlich schon... Obwohl, dann sieht man die Funken noch cool. Oh. Ich glaube, wir machen es so. Die Funken da, die sind schon cool. Ne, das lassen wir. Körnigkeit. Lassen wir auch, oder? Weil nicht, brauchen wir, glaube ich, nicht. Okay, cool. Dann. Ah, Foto. Können wir auch das... Ah, Y. Und dann mache ich eins mit F12. So, sorry, Leute, dass wir es mal eben machen mussten. Aber es sieht so schön aus. Ich muss das einfach machen. Und ich finde die Screenshots nie, wenn ich welche schieße. Okay, dann wollen wir mal hier hoch, ne? Würde ich sagen. So. Haben wir? Ja, haben wir. Okay. Dann. Boah, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich muss hier rüber. Ja. Äh. Uh, uh, uh. Hier können wir hoch. Ja, wohin jetzt wohl? Gott, da oben ist einer. Kann ich hier oben auch? Ich kann hier oben einfach auch den Foto-Modus machen. Wie insane ist das bitte? Was ist das, Leute? Was ist das bitte? Das ist ja... 10 von 10 einfach nur. 10 von 10 ist das. Davon will ich auch noch... Ich bin mir noch nicht sicher, welches Sample ich nehmen werde. Aber eins von den beiden auf jeden Fall. Uh, uh, uh. Halt dich nochmal fest, bitte. Oh Gott, die schießen auf uns. Oh, da liegt schwer draus. Okay. Ja, hoch mit dir. Nee? Achso, unten. Unten entlang. Unten entlang. Oh Gott. Bidi, rette mich bitte. Rette mich. Peng, peng. Wieso kann ich hier nicht einfach hoch springen und... Klettern wir nach oben? Um drauf, ja. Klettern wir nach oben. Ich muss erst mal hier außen rum. Um den da gleich zu überraschen, ne? Kann das sein? Wie, ich muss runter. Ich muss runter? Ah! Achso, nee. Da waren weiße Dinger. Die hab ich nicht gesehen. Da komm ich nicht hoch. Ich bin doch jetzt im Kreis gelaufen, oder? Okay, okay. Ja. Erster Fail des Tages schon mal wieder. Ne? Ja. Aber, aber ich bin diesmal nicht so schlau. Wollte gerade sagen, ich bin schlauer. Aber das ist ja hier schon wieder Cringe-Content, oder? Ne, bleib hier. Bleib hier, bitte. Super. Okay. So, diesmal schnell. Nein! Och Gott. Ich stell mich aber auch wieder besonders gut an, Leute. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid. Es ist ja hier schon wieder... Fünf Minuten. Klau deines Lebens, würde ich sagen. Klau deines Lebens. Ich bin nicht so der Ausraster-Mensch. Ich wollte eigentlich... ...Star Wars Republic... ...Commander Republic oder sowas spielen. Aber ich glaube... Ich glaube, das Spiel ist viel zu alt, um das jetzt noch zu spielen. Es ist ja jetzt am 6.4. neu auf die Switch gekommen. Aber das gab es ja schon vorher auf dem PC. Und wenn das da schon keiner spielt, wieso sollte man es dann auf der Switch spielen, ne? War so ein bisschen mein Gedanke halt. Aber, naja. Egal. Da vorne können wir, glaube ich, hochklettern. Kann ich da rüber? Ich trau mich nicht, weil der Kopf so gedreht war. Okay. Jetzt geht er auf. Upp. Der hat mich nicht gesehen. Oh Gott, ich muss hier rein? Halleluja. Halleluja. Ah ja, stimmt. Wir wollten den Kaper, ne? Äh. Muss ich da hoch? Oder hier? Hä? Ah, ich muss wahrscheinlich irgendwo eine Tür öffnen, oder? Ah, ich muss die Kabel durchschneiden? Ne, auch nicht. Ah, da. Wow. Oh mein Gott. Wir nutzen jetzt diesen Speed-Dings. Ne. Ah, aha. Wir sind jetzt schon. War hinter uns nichts? Okay. Ja, ja. Geh mal, Cookie. Lucky, Lucky machen. Hallo, Leute. Na? Habt ihr mich vermisst? Äh. Ich, ich habe kurz, kurz, kurz vergessen, wie man nochmal ausweicht. Äh, beziehungsweise dieses Ding, die macht. Dieses Blocken. Äh, ich hab's aber einfach vergessen. Es tut mir leid. Ja. Ah, doch. Ich weiß wieder, wie. Sehr gut. Oh, nice. Gut gemacht, Cal. So, lass mich rein. Okay. Ne. Ne, will ja nicht. Okay, dann öffnen wir es halt so. Hallo, Leute. Habt ihr mich nicht gehört? Ihr habt eine Feuerkraft, als erwartet. Wie sieht unser Rumpf aus? Schwer beschädigt. Wir sind bei 70% Integrität. Das sollte trotzdem reichen, um diese Aufständischen zu erledigen. Halter und stabil. Bup, bup. Ja, Sir. Bup, bup. Als ob die dadurch tot sind. Das ist, glaube ich, kein Stück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Was, 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 was muss ich machen? Oh Gott. Wir bewegen uns. Kann ich auch ein Foto machen? Ja. Ich weiß nicht, wie man schießt. Ah, da. Gott, ich kann es nicht gedrückt halten, oder was? Ne, ich kann es nicht. Ich kann... Okay. Ja, ja, komm. Weg mit dir. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Bissen wir da hin? Ja, da hin. Tatsächlich. Okay. Schieß einfach. Ich weiß nicht, ob wir die haben. Ich sehe hier nichts. Schieß mal das da hinten ab. Ja, biete ich hier doch, oder nicht? Die Brücke steht noch. Eigentlich. Egal. Ach, da sind... Da ist ja eine Brücke. Perfekt. Sehr gut. Ist unter uns noch was? Da hinten sind noch 10.000 Leute. Ja, ich blase da doch schon. Ist unter uns was, oder was? Wo denn? Muss ich das da machen? Das klappt nicht. Ah, ah. Ich musste aber es explodieren lassen, okay? Da hinten, da hinten kommen noch welche. Perfekt. Da, das Ding fliegt. Das, das wollte ich doch verhindern. Ja, ja, ich weiß, aber du musst doch jetzt mal hier weg. Komm, komm. Komm, komm, es brennt doch schon. Oh Gott. Mein Finger. Mein linker Finger. Ist sowas überhaupt nicht gewohnt. Mit denen drücke ich ja auch nie die Dead by Dead Enter-Taste oder so. Ah, es liegt zu uns. Egal. Wir schießen weiter. Wir schießen weiter. Nein, okay, dann nicht. Oh Gott, ey. Hauptsache, da steht noch zum Blastern zu feuern. Geht's dir gut, kleiner. Hm? Nee? Okay. Da kann ich aber auch nichts machen. Oh, schönes Bild. Bip, bip. Bip, bip. Bip. Kashiik. Was machst du hier? Wir wollen auf Kashiik. Drei Ys. Das wusste ich nicht, Leute. Was man so schreibt. Also, wen suchst du hier? Ein Wookie-Häuptling namens Tafur. Tafur ist unmöglich zu finden. Er ist dem Imperium nicht umsonst so lange Zeit entwischt. Ist er ein Freiheitskämpfer? Er ist DER Freiheitskämpfer. Ein Symbol des Wookie-Widerstands. Er setzt dem Imperium aus den Schattenlanden zu. Sia? Ruiz? Das ist Zorn. Und, wie geht's? Was willst du von Tafur? Ich hab irgendwie leichte Frame-Einbrüche, ne? Nicht für alle. Ich weiß nicht, warum. Nein, nein, ich Name. Mein Meister hat's mir gegeben. Dieser Platz beliefert eine imperiale Raffinerie mit Wookie's als Sklaven. Das heißt, einige der Gefangenen dort sollen die Ria-Kämpfer sein. Ich guck mal eben, ob ich auf Steam was lade. Weil ich mein nicht. Ah, ich kann grad nicht wucken. Egal, egal. Sieh mal endlich meinen Finger? Jetzt geht's auch wieder, ne? Ne, da war wieder ein Ruckli. Ein Ruckla. Da schon wieder? Was ist das? Okay, warte. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich muss mal ganz kurz gucken, Steam. Ähm. Bibliothek? Ne, da ist nichts. Wir speichern einmal kurz, würde ich sagen, im Spiel. Und dann starten wir nochmal neu. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Können wir gleich neu interagieren. So. Hallo? Oh, falsche Taste geklickt. Kurz verwirrt, Leute. Kurz verwirrt. Ausruhen. So. Okay, das haben wir gemacht. Dann. Beenden wir nochmal ganz kurz das Spiel. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nie wo, ne? Es ist schlimm, dieses Spiel. Ich schicke einfach aufs X. So, dann starten wir erst nochmal. Ich hoffe. Dann sind die Ruckli's weg. Die Ruckli, ja, ne? Mal gucken, mal gucken, ne? Ich hab mir jetzt den Trailer zu Bad Bitch angeguckt. Bad Bitch. Heißen die so? Bad Bitch? Bad Bitch? Ne. Ne, also diese komische Klonentruppe. Mit so einem kleinen Mädel. Ich hab keine Ahnung, wie die heißen, ey. Bad... Bad Watch? Bad Bitch. Auf jeden Fall die Söldner, die sich von den Klonen abgewandt haben und allein ihr Abenteuer bestreiten, ohne dein Imperium im Nacken, beziehungsweise zumindest als Gegner. Sind die Gegner vom Imperium mittlerweile. Okay. Seht ihr das schon? Ne? Okay. Doch, jetzt. Jetzt seht ihr das. Aber, ich kann das Fenster... Ah, doch, ich kann das Fenster verschieben. Perfekt. Perfekt, vielleicht lag es daran. Vielleicht lag es daran, dass ich das Fenster nicht verschoben habe. Wer weiß, wer weiß, ne? So, ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt, was auf Kashi abgeht. Denn, ja, ich bin wirklich gespannt. Ich muss jetzt ein bisschen vorproduzieren. Es tut mir leid, Leute. Ähm, weil ich in zwei Wochen zwei wichtige Prüfungen schreibe. Und ich bis zumindest dann die Woche dann schon voraufgenommen habe, dass ich mich nicht so stressen muss. Ja, ja. So mache ich das, denke ich. Ja, ja, ja. Deswegen nehme ich heute ein bisschen auf. Aber ist eigentlich auch egal, ne? Ob ich jetzt vorproduziere oder nicht, ne? Hauptsache, es kommen Videos für den Conny, ne? Ne, Conny? Hallo, Conny. Hallo, Conny. Kannst du jetzt mal in die Kommentare schreiben, wenn du was liest, äh, hörst. Okay, jetzt sind wir wieder au... Wieso sind wir jetzt wieder außen? Ich wollte schon mal kurz mit den Pflanzen interagieren. Ne, da sind die Pflanzen nicht. Die sind hier. Ist mir nämlich sehr, sehr wichtig, dass es den Pflanzen gut geht. Guck mal, die eine ist gewachsen. Ah, cool. Kalpi und Königsblume. Hübsch. Kann man damit später irgendwas machen? Ich bezweifle das. Ey, ich hab mich auch erkundigt. Aufgrund, ähm... Den Esuka-Licht-Schwertern, aber... Man kann sein Nicht-Schwert leider nicht zu zwei machen. Schade. Schade. Ja, ich freu mich auch, dich zu sehen. Was für ein Loch. Dein Plan hat geklappt. Und jetzt willst du Saw folgen? Ja. Äh... Ihr nicht? Keine gute Idee. Ich fürchte, du stürzt dich von einer Gefahr in die nächste. Wie bitte? Ich fliege meinen Chef mitten rein ins Schlachtfeld und wir reden jetzt über Gefahren. Ja, ist halt echt so. Ich soll dich auf deinem Weg begleiten und ihn nicht für dich auswählen. Hier ist mein Ratschlag. Das Imperium eroberte hunderte Welten. Thor hat Geschick nicht ohne Grund gewählt. Thor hat vielleicht andere Ziele als wir. Ja, wir sollten... Danke. Ich werde daran denken. Wir sollten zumindest ihn anhören, ja? Was der hier macht. Ganz ehrlich. Und nicht direkt ausrasten hier. Junge Dame. Oh, ein Wookie. Wookie. Als ob die reden. Ja, danke schön. Ich erkunde hier noch ein bisschen, ne, Leute? Denn da unten geht wahrscheinlich der Action ab. Oh! Gott. Gott, hat er mich erschreckt. Komme ich da nicht rüber? Ne, ich komme gar nicht zu denen. Okay, ich brauche dich noch. Hier sind auch noch Wookies. Hallo, Wookies. Oh, was macht der... Winkt der mir? Ich weiß nicht, der haut irgendwie gegen die Luft. Haut mir gegen die Luft. Einfach ohne Grund. Ohne Grund. Was ist das denn für ein Plan? Das sehe ich ja gar nichts. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Der Mann hat meinen vollsten Respekt. Aber das hier ist keine Rangelei im Wald. Hoffentlich. Warte mal. Da will ich reinzoomen. Was ist das denn für ein Plan? Jetzt mal ehrlich, das ist ein Loch. Da sind die. Och Gott, 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 Gott. Ich muss hier weiter. Ich habe da so einen coolen Roboter gesehen. Na? Du bist cool. Du hängst mich zwar an den laufenden Müll einmal, aber sonst... Hast du sehr vorgesagt? Ich habe hier mal gelesen, bevor das Imperium kam. Warst du mal da? Ja, war ich. Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen. Aber hier, mit den Wookies, haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Ja, bitteschön. Miri... 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 Interagieren. Ich kann auch noch mit ihr... Oh. Nee. Tut mir leid. Ja, tschüss. Du willst das scannen? Achso, den Mülleimer. Also, hier sind so viele Reparateure, oder wie man es nennt, ne? Da stelle ich mir die Frage, ob wir hier vielleicht dieses Reparieren lernen. Wieso stehen die hier so blöd? Oh, Waffen. Scannen die mal. Oh Gott. Gott, das geht ja doch auf. Ich bin nochmal raus. Wieso steht ihr da so? Okay, okay. Dann gehen wir erstmal nach da hinten hin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich könnte die Karte natürlich öffnen, aber ich finde, fürs Erkunden ist das eigentlich ganz schön. Gerade. Da hinten liegt unser kaputter Dings. Hier kann ich, glaube ich, Drähte durchschneiden. Ne, kann ich nicht. Oh, hier ist überall... Ah, hier ist eine Kiste. Oh, war klar. Dass ich dieses Ding erstmal reparieren muss. Ist ja ein Witz hier. Okay. Okay, okay. Ich glaube, wir müssen dann doch da hinten her. So, Leute. Ihr dürft euch jetzt die Frage stellen. Soll ich jetzt einen Cliffhanger machen, was hinter der Tür ist? Oder sollen wir da jetzt noch durchgehen? Ich würde sagen, wir machen einen Cliffhanger. Yeah, ja. Da freuen sich doch alle. Ja. Ja, ja. Super. Ha, 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 ha. Perfekt. Genau, da freuen wir uns alle. Und deswegen schauen wir im nächsten Part, was wir da machen. Tschüss. Tschüss.